Und damit meine lieben Dreamers, ganz herzlich willkommen zum nächsten Part von Fire Emblem Free Houses. Ich habe jetzt glaube ich einen Monat oder so keine Parts mehr aufgenommen, von denen wir quasi gerade nett, wo wir story-mäßig sind. Ja, auf alle Fälle herzlich willkommen zum neuen Part. Ich bin immer nur so gehypt auf dieses Projekt. Ja, ich habe ein bisschen was umgestellt, weswegen es sein kann, dass das Ganze ein bisschen zu laut ist. Schreibt es auf alle Fälle in die Kommentare, wenn der Sound zu laut ist, dann endet ihr das bis zum nächsten Part, zu den nächsten Parts hin. Ja. Wie gesagt, ich habe jetzt sicher zwar bis drei Wochen, wenn nicht sogar einen Monat kein Fire Emblem Part mehr aufgenommen. Weil sowieso bis Ende Oktober, also bis Ende September, Mitte Oktober vorproduziert hat mit allen möglichen Parts. Ähm, von dem her, ja, bin ich gespannt, wo wir stehen geblieben sind. Ähm, wie war es, dass ich auf alle Fälle supports machen wollte? Warum wurde er verstoßen? Warum wurde er verstoßen? Warum? 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 Das ist ein Wunsch, aber nur eine Wunschung, die die Frau der Frau nicht mehr erledigt. Das ist aber möglich, wenn man nur die Wunschung aufbaut. Die英雄 sind die Wunschung der Menschen mit einem starken Wunschung. Ich muss es nicht mehr, dass es nicht mehr, wenn man die Wunschung aufbaut. Aber ich muss jetzt die Wunschung der Stadion des Stadions, die der Wunschung der Wunschung von den Wunschung ausbaut. Ich glaube, dass die Schlechung der Schlechung nicht so gut ist. Ich glaube, dass die Schlechung der Schlechung nicht so gut ist. Die Schlechung der Schlechung ist ein sehr starkes Schlechung. Ich denke, dass ich mich nicht so interessiert habe, aber ich will, dass ich die Schlechung nicht so gefährlich sein kann. Ich werde dich gleich malen Versuch. Ich sage euch ein wenig, aber ich kann mich eine solche Beziehung mit unseren, was ich mit ihm fühlt. Und dann...Fannleman, ein paar Jahre auf dich zu suchen. Ich werde auch beantworten. Das geht jetzt. Ich bin wieder. Ich bin ein Kind. Du bist der Éin des Geistens, der Freude des Geistens. Ich habe schon noch nicht vergessen. Ich habe schon gesagt, dass du zuerst ausgeschnitten hast. Wovon redest du? Ich stamme nicht von ihm ab, ähm, ich stamme nicht von ihm ab. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, dass ich das nicht verstehe. Das ist hier. Das ist die Universität der Universität. Ich weiß nicht, dass du von Herrn Hahnemann hast. Kannst du dich in diesem Zimmer schauen? Dann bin ich auch. Hallo, Krodo. Was ist das? Judit. Was ist das hier? Das ist Judit. Ich liebe diese Chancen. Es gibt so viele geile Fire Emblem Three Houses Characters. Es ist einfach Wahnsinn. Und Judit ist definitiv einer von die besseren Charaktere in Fire Emblem. Es ist ein Mensch. Ja. 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 More than an, Ja. Na, Ja. 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 Ja, Ich habe viele Leute geplanten. Meine Hain hat mich geplanten, aber sie wussten nicht, was es. Das war ich. Ich hab mich nicht gesehen, dass ich die ganzen Einheit gesehen habe. Es ist, dass ich, die Hain hat sich nicht mehr gesehen hatte, Ich dachte, dass ich das Beste nicht so verletze, dass ich das Beste nicht so verletze, aber es gibt keine Verletzung. Aber es gibt keine Verletzung. Das Beste mit dem Beste zu Ende war, ist es total ausgeschlossen. Das Blammenwappen? So, wir haben Geburtstag, Manufella, let's go! Fangen wir den Part doch gleich mit einer Teestunde an. Ja, dann können wir gleich ein bisschen über einen Part reden. Wie gesagt, ich glaube im letzten Part habe ich gesagt, wir machen in dem Part die ganzen Supports. Von dem her, ja, müssen wir einfach schauen, was wir heute so machen, wie wir auf alle Fälle die Supports machen. Weil die sind ein wichtiger Bestandteil dieses Let's Plays und generell des Games. Weil durch Support kriegt man halt auch immer ein paar Stat Boosts, wenn man zwei Charakter nebeneinander steht. Man bekommt andere Boni, wenn man die Charakter nebeneinander steht und so weiter und so fort. Von dem her, Support war ein sehr, sehr wichtiger Teil von Fire Emblem immer schon gewesen, glaube ich. Ich kann mich erinnern, in Echoes hat es Support gegeben, in Awakening hat es Support gegeben. Es sind so die Fire Emblem Teile, die ich auf dem DS gespielt habe, aber nur ganz oberflächig. Da bin ich nie wirklich tief reingegangen. Und ja, deswegen Supports, glaube ich, machen wir in dem Part. Vielleicht machen wir da noch Training Battles oder so. Mal schauen, wo das Ganze hinführt. Wenn wir von Supports reden, täuscher Support mit Leist-Sephyr. Ja. Wohin des Weges? Wohin des Weges? Was machst du denn hier? Wohin des Weges? Wohin des Weges. Wohin des Weges. Ich hab' was trinkenommen und hier getrunken. Ja. Aber das Ganze wird alles ok. Ich bin da nur für ein. Wohin des Weges. Wohin des Weges. Was ist das? Bro. Das einmal euer Freund? Selbstverständlich. Gute Nacht. 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 Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Hast du wirklich gesagt? Ich verstehe. Aber ich bin jetzt schon fertig. Wenn ich mich nicht mehr so fühle, dann wird es ein Wind. Und das ist... Diese Schoko... Es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder. Ach ja, Lai Zephyr-Support-Sona immer on point, dann hat der Claude alle Support, okay, nur mit der Hilda. Nome 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 mit der Hilda. das war dieser etwas bedrückendere support aber ja b support und den beiden jetzt so gut werden ja jajanai ode ni何でも言ってみな rafael o気持ちだけで十分です あんたじゃ役に立ちませんから 何か難しい調べ物は そりゃ おでじゃあ役に立たねえな じゃあ おででも解決できそうな悩みはねえのか 鍛錬がうまくいかねえとか 別にそういうの そうだ かけっこ早くなりたくねえか おで それなら教えてやれるぞ 追いかけっこのコツも教えてやろうか 簡単に捕まらねえための動き方とかよ せっかくのいい天気だし ほら 兄ちゃんと一緒に外で うるさいうるさいうるさーい いま忙しいんです 邪魔しないでくれますか だいたいなんなんですか 兄ちゃんって 私はあんたの妹じゃありませんから え えっ おで 兄ちゃんなんて言ったか そりゃ悪かった ついうっかり だいたい 学校の成績は私よりもだいぶしたですよね おにいさんを気取りたいなら もう少し勉強でもしたらどうですか そうは言われても ほで 座学は苦手だからよ あんたこ いつまでもお気に入りだくだいぶ あんたこそ子子子じゃない わかったら もう私の邪魔はしないで いいですよね うん うん うぅ あんたこそ子子が溝たこで Raffael und Leonie könnte interessanter Support sein. Raffael und Leonie könnte. 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 Ich bin immer noch ein Kind. Aber ich bin froh, dass ich mich alle beinigetragen. Ich bin froh, dass ich mich nicht so machen kann. Ich bin froh, dass ich mich nicht so machen kann. Nignats, du bist so ein Kind? Ich bin froh, dass du dich anst. Ich bin froh, dass du dich nicht so lebst und nicht so lebst und so lebst. Ich bin immer noch so lebst. Wenn du mir an, wenn du mein Gefühl hast, dann kannst du dir das Kind. Oh, okay. Interessante Support. Lassi Fianzilda. Lassi Fianzilda. Lassi Fianzilda. Und so geht es. Ich bin nur noch ein Wunsch ich. Ich bin auch ein Wunsch. Ich bin ein Wunsch. Ich glaube, es ist das. Ich bin auch ein Wunsch. Wenn du das nicht getauschtest du für dich, wenn du es bekanst, dann kann ich mich einfach besser sagen. Es ist das, wenn du es nicht sehen, wenn du es so schockert, wenn du es so schickst, dann kann ich mich noch nicht überlegen. Wenn du auch zu sehen, Ich fühle mich sehr schön. Die Hände sind sehr schön. Ich bin sicher, dass ich die Hände habe. Ah, Lissi-Teya. Hast du mich gerade gesagt? Hast du mich gerade gesagt? Und ich habe einen schönen Geräusch. Ich habe einen schönen Geräusch. Das ist ein Blut? Oh, ich habe einen schönen Ort. Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn ich mich nicht so gut trinken möchte, dann kann ich auch noch ein bisschen schlafen. Ähm, hast du dich gefühlt? Ich bin froh. Ich habe es auch mit Hilda. Ich habe mich ein bisschen großartig. Danke, Hilda. Ich habe das Gefühl, dass ich mich für ein Mädchen erinnert habe. Ich kann es nicht verstehen. Aber ich habe das Gefühl, dass es so schön ist. Okay, das ist ein interessanter Support. Hatte man so jetzt von anderenlei CPU-Support nicht erwartet. Ich werde sagen, dass sie sich nicht in die Beziehung kommen. Ich werde dich dich um die Beziehung zu lassen. Wie gesagt... Ich würde mich noch nicht mehr schützen, was ich! Was für ein Kindesbeweg... Sie hat sich ein Kindesbeweg aus dem Lister-A-B-D-A-K-T-H. Ich werde das mit dem Wissenbeweg. Das ist das, was ich? Oh nein! Das war es so schwierig. Ich habe mich sehr gut gemacht, so ich bin jetzt bereit. Vielen Dank, Leonie. Ich bin sehr schwer. Das ist gar nicht so. Ich habe mich gebeten, dass es ein guter Training gemacht hat. Das ist ein Training? Welche Trainingsgeräte haben wir immer noch in den vergangenen? Wenn ich dem Fall in der Freiburg-Insteuer gehen kann, dann ist er so jetzt sehr gut. Der Kurs ist schwer und schwer und freig. Ich möchte noch ein bisschen bitten. Was für die Frage gebracht wird das этим Geheim-Insteuer? Das ist es angewiesen, dass es heute auch ausüben ist! Obwohl sie das nicht beidrunken geben sind. Ich glaube, es hilft, es heilt die Kraft! Ich denke, das kann ich nicht genau das, was ich nicht genau zu erzählen. Hmm... So, ja, du hast immer die Zeit benutzt, nicht wahr? Wenn du das Zeit entscheidest, wirst du dich schaffst, und du wirst du dich schaffst. So, so ist das... Wenn du das Gefühl hast, dann wäre es der Vorteil. Hmm, vielleicht ist das so. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich danke dir. Ah! Leonie hat mir gesagt, dass ich mir vor. Ich bin so nett, dass ich so etwas... Leonie hat mir gesagt, aber... Hmm... Ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, dann machen wir noch Anleihe Sephia Support in diesem Part. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part, und dann mache ich die restlichen Supports, den Hof und Sunny im nächsten Part auch. Das andern halt wird es zwar chilligere Parts hintereinander, aber ja, dann haben wir zumindest die Supports hinter uns. Und dann können wir wieder in der Story voranschreiten. Gemeinsam die neuen Locations im Kloster erkunden, die wir freigeschalten haben. Und dann schauen wir einfach mal, wie es in Zukunft weitergeht mit Fire Emblem Free Houses. Oh! die wir auch haben. Wir haben das Wichtigste, die 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 von der die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin der Mann. Ich werde mich für die Arbeit beenden. Ah. Ich werde mich für ein Stück machen. Hm? Was soll ich denn? Ich habe die Art und ich habe mich für die Zeit gearbeitet, und ich habe keine Qualität mehr. Gut, gut. Ich habe mich gebeten. Und mit diesem Korb würde ich sagen, beende ich diesen Part. Danke für eure Aufmerksamkeit, falls euch dieser Part gefällt, lasst ein Like, abonnierst den Kanal. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine zukünftigen Uploads mehr zu Fire Emblem und anderen Projekten verpasst. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und man sieht es im nächsten Video wieder.